Im Mittelpunkt dieses Paketes steht eine Formulierung, die in Zukunft den Ausbau der erneuerbaren Energien, vor allem Onshore-Wind, deutlich erleichtern und beschleunigen wird. Und es ist die Formulierung, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien im überragenden öffentlichen Interesse sind und dem Sicherheitsinteresse und damit der Sicherheitspolitik Deutschlands dienen. Damit ist eine klare Abwägungspriorizierung gegeben bei anderen Schutzgütern und entsprechend werden die Behörden dann in der Genehmigung von Anlagen eine Richtung haben, in welche Entscheidung im überragenden deutschen öffentlichen Interesse ist.